Wie zum Beispiel ihm hier. Der Commodore 64 war Anfang der 80er, eine echte Technikrevolution. Dabei hatte der Computersaurier nicht mal eine Festplatte, sondern nur so eine Art Kassettenlaufwerk. Aber die Spiele, die man damit spielen konnte, die machten so manches 80er Jahre Kinderzimmer zum begehrten Treffpunkt für Freunde und Klassenkameraden. Jetzt feiert er seinen 30. Happy Birthday C64. Diese Grafik war 1982 das höchste der Gefühle. Traum eines jeden Teenagers, der sich für Stefan Plappert damals zum 18. Geburtstag erfüllt hat. Mein Vater hat mir das ja quasi zum Geburtstag geschenkt und das war auch wirklich toll, das habe ich auch nie vergessen. Aber das hat viele, viele Punkte gekostet in der Schule. Hat mir aber auch einen guten Start gegeben, also später mal. Heute ist der Elektroingenieur, wie so oft, spielen. Im Keller von seinem Kollegen Andreas Paul. Der sammelt alte Computer und hatte auch als allererstes den bis heute meistverkauftesten Computer aller Zeiten. Einen Commodore C64. Jeder, der einen Computer hatte, den man kannte, der hatte so einen. Und da war klar, es konnte nur der eine sein. Es musste ein C64 sein. Es blieb allerdings nicht bei einem. Über ein Dutzend C64 hat Andreas bislang gesammelt. Und weil er als Vorsitzender vom Verein zum Erhalt klassischer Computer auch noch andere Rechner und Spiele sammelt, gibt es Stress mit der Ehefrau. Sie akzeptiert es. Sie versteht es auch. Aber ganz nachvollziehen kann sie es nicht immer. Gab es da schon mal Stress deswegen? Nein, Stress in dem Sinn nicht. Nur wenn es halt nach dem 10.64er, der 11.64er wird, dann fragt sie mich natürlich schon, wofür ich den noch brauche. Aber neulich stand mal ein PC vor der Tür zum Beispiel von dem Kollegen, der hier mitzockt. Und dann wusste ich aber nicht und dachte, wenn die Leute jetzt in Elektroschrott schon bei uns abladen, dann ist es mit dem Hobby definitiv zu weit. Stellt sich die Frage, warum die beiden Jungs eigentlich so an ihren veralteten Kisten hängen. Weil es uns mehr Spaß macht, als jetzt ein ganz modernes PC-Spiel zu spielen, was zwar eine bessere Grafik hat, aber der Spielwitz dafür auf der Strecke bleibt. Das ist einfach reduziert aufs Wesentliche. Das, was wirklich Spaß macht am Spiel, das ist einfach noch da geblieben und der Rest ist eigentlich uninteressant. Mittlerweile ist auch Stefan verheiratet, obwohl er doch sonst nur Augen für seinen C64 hatte. Das war auch eine Art von Liebe und die haben wir halt nicht verraten, aber wir haben uns natürlich weiterentwickelt, sag ich jetzt mal. Die beiden Elektroingenieure wollen aber auch in Zukunft ihrem C64 treu bleiben, damit er nicht in Vergessenheit gerät. Gary aus dem Tierheim Offenbach, der ist schon ein etwas älterer Pudelherr. Er ist von seinem Vorbesitzer nicht besonders gut getroffen.